Wieso? Okay, von da sind wir gekommen. Ja. Hätten es dir nochmal lang gelaufen. Hier ist nur ein Projektor. Ja. Vielleicht kommt dieser Ober-Head-Dings da. Ober-Head. Ober-Head-Projektor. Ja. Nee, warte. Hier sind wir hochgekommen. Scheiße. Wo ist der lang gelaufen? Muss man sprechen, glaube ich. Bitte komm jetzt nicht, bitte komm jetzt nicht, bitte komm jetzt nicht. Kommt der so um die Ecke. Oh, dann haben wir zumindest gespeichert. Ka-ching! Hier können wir rein. Zwei haben wir jetzt. Oder? Ja. Ja, es waren zwei. Hier nur noch drei. Ah, so viele sticky notes. Ah. Ist er da? Ja. Ah. Ah, ich will hier rein. Lass mich rein. Hoffen wir auf ein Wunder. Ich sehe den hinten flackern. Oh Gott, da läuft er. Da ist sogar, hat der ein Herz? Ja, oder? Weiß ich nicht, weil er so ein Staubpartikel gerade riecht. Geh weg. Hä. Oh Gott. Der sieht echt gruselig aus. Ich finde es toll. Hier gehört nichts. Warum hast du nichts? Oh Gott, die Augen. Alter. Das waren nur die Viecher, die da im Trailer rumgelascht sind, ne? Mhm. WTF? Mir gefällts. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss. Das wäre ja ganz schön. Du hast auch keins. Ich glaube hier aufm Kreis. Der flackert aus, aber das ist dieser Oberlichtdingster. Normaler Projektor. Oh Mann. Ich will hier gerne wissen, was er macht. Aber irgendwie auch nicht. Scheiße. Da ist einer. Ein Herz. Okay, jetzt zwei brauchen wir noch. Da kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche positiv zu bleiben. Du hast auch keins. Richtig. Ist nicht cool, wenn die jetzt hier alle spielen. Mhm. Das ist richtig nice. Hier war doch immer das Ding zu speichern. Ja, da. Ja. Ja. Wir sind aber am Kreis gelaufen. Mhm. So wie immer. So wie immer. Ist nichts. Gibt nichts. Das ist das einzige was wir im Leben machen. Kreis laufen. Auch im realen Leben. Und dann sterben. Ist dahinter noch was oder so? Oder ist das alles da in diesem komischen Gang? In diesem Labyrinth aus Gang dahinten? Hier ist glaube ich nichts, oder? Ich wünschte, ich hätte mein Licht noch. Das ist nach Boris. Boris, kannst du nicht mit mir kommen? Ich fühle mich nicht so einsam. Ist da hinten was? Ne, glaubt mir ja nicht. Oh, ich bin mal rum. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch alle so kunden, ne? Ja. Ist doch nicht so unser Leben in Gefahr oder sowas. Wofür sind die ganzen Maschinen? Ist das alles von der Inkmaschine, oder was? Das stimmt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir aber sowas von nicht. Das sind Staupartikel, ey. Die ganzen Dinge. Ich denke immer, da ist irgendwas. Ja, das habe ich auch. Nee, kann ich gar nicht durch. Oh, können wir nicht die Achse wieder benutzen, bitte? Ja, guck mal, wenn du zwischen den Waffen wechseln fällst. Ich hätte die ganze Zeit den Pümpel. Pümpel, Pümpel. Ich finde ihn so toll. Das ist ein Pümpel, Mann. Das kannst du nicht toppen. Na gut, das ist doch alles hier. Labyrinthaktik, immer rechts halten. Werfen wir aus dem Fenster, sobald dieser Typ auftaucht. Aber erstmal rechts halten, dann kommst du überall lang. Das ist ein Miracle-Dingens. Das ist der Projektor, der blinkt. Blinkt? Blink. Der blink. Da ist der Typ. Schon wieder. Kommst du hierher? Kommst du hierher? Ich glaube, der kommt hierher. Weiß ich nicht. Ja! Ja! Okay, ab in die Kiste, ab in die Kiste, ab in die Kiste. In meiner Kiste bin ich sicher. In meiner Kiste fühle ich mich wohl. Meine Kiste ist toll. Ich mag meine Kiste. Ich glaube, ich bin auf ewig in dieser Kiste drin. Ich glaub, der kommt hierher lang, oder? Bleiben wir auf meiner Kiste. Mal gucken uns diese Laufanimation an. Es gibt Schlimmeres. Furchtbar getötet zu werden, von einem Projektor-Monster zum Beispiel. Ne, aber ich glaub, der läuft irgendwie, oder? Nope, tut er nicht! Meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste! Kiste. Wie heißt der? Ja, der ist er. Hallo! Nein, der hat nicht so'n Ding. In meiner Kinn wäre immer im Hellen. Blop, 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 blop. Wie so'n Delfin. Wie kommst du da auf Delfin? What the fuck? Was hat das mit nem Delfin zu tun? Delfine sind süß! Und anmutig! Das ist nichts von beidem! Das ist das genaue Gegenteil von beidem! What the fuck? Außerdem machen die, ey, 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 ey! Und das macht... Ja. Aber ich denk, die ganze Zeit da ist sowas, ne? Wenn wir hier wohl irgendwas übersehen haben. Ja. Äh, wo? Und du hast auch kein Herz. Mhm. Und du hast auch kein Herz, aber ein Mond auf dem Kopf! Wieso ist der auf dem Kopf? Das find ich nicht in Ordnung! Das find ich sowas, wenn ich... Ah! Oh mein Gott! Eins fehlt noch! Einer fehlt noch! Einer geht noch rein! Soll er hin? Ja, das ist der Projektor. Ne, der Ausdruck ist entsetzend, ist aber kein Herz. Obwohl der Ausgang würde mich jetzt auch schon freuen. Also ja, kann ich speichern. Speichern! good night. Good night, forever. I guess. Oh... Das ist das Letz ο Kann ich versuchen, ihn niederzuhauen? Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Wo ist denn so ein Ding? Da! Ich will hier rein. Will ich versuchen, hier von hinten zu schlagen? Nee, glaub nicht. Ich würde es nicht riskieren. Wir haben gespeichert. Wir könnten es riskieren. Ich weiß nicht, warum ich mir ins Gesicht haue. Es hat was. Wo ist er denn? Kommst du auch noch? Ich dachte, der kommt hier lang. Nee, das scheint nicht. Ein Herz fehlt uns noch. Wo ist es? Ich dachte, das bleibt dir das. Mann, ich denke die ganze Zeit, das wäre ein Herz, Mann. Na, sieh. Herz? Herz? Komm her! Herz, 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 Herz! Das wäre immer im Kreis gelaufen. Wo ist das Ding? Muss doch irgendwo hier sein. Hä? Nein, ich kann nicht springen. Nee, du bist hinter. Du bist ein bisschen zu tief da drin, ne? Ja. Bisschen zu tief in der Scheiße. Gut, gehen wir wieder rein. Und wieder. Und wieder. Bis bis abend. Und dann noch mal. Und dann noch mal. Und noch mal bis in alle Ewigkeit. Oh, wieso kommst du kein Herz auf? Da ist keiner. Wieso? Erzähl mir das, wieso? Alles, was ich jetzt schon zu sagen habe. Kommst du jetzt auch hier? Du kommst hier lang, oder? Wo bist du hin? Hm, ich bin sicher, du kommst hier lang. Oder wo bist du hin? Bist du weg? Nein, da kommst du. Alles klar. Ich habe auch nur ein bisschen. Geh hier lang. Schon ein bisschen weiter. Ich bin hier gekommen, ich weiß es nicht. Gott. Wo ist dieses kackletzte Herz? Wieso hast du es nicht? Mein Auge, ja. Plopp. 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 So, nackst du, wenn ich kurz einen Prozess mache. Aber ich habe meine Axt nicht. Ne. Ist das gespiegelt? Da ist es. Okay. Oh, ups. Da wollte ich mich nicht hin. Warte. Da hat irgendwas geblinkt. Yes! Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich habe es nicht. Also, als erstes, den gefällt mir aber ganz und gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Soll ich jetzt die Herzen in diese Kiste werfen? Ja, okay, ich habe das schon. Sind ein... Dinger. Boah, wie sowas reingeworfen war. Was ist denn hier? Gott, ich laufe im Kreis. Irgendwie kommen wir hier schon wieder raus. Einfach rechts halten. Warum mag ich das denn nicht? Ich habe so viel Spaß gemacht. Rechts. Ich meine, ich bin morgen heißer. Ja, ich auch. Ich gehe mal darauf aus, dass es das Licht vom Traeftor war. Nicht bei diesem großliegen Traeftor-Monster. Von dem Delphin. Shit. Das gefällt mir nicht. Ich will hier raus. Mit Boris in Sicherheit verschwinden. Und dann ein schönes Leben haben. Weit weg von diesem Studio. Von diesem Hüllenloch. Mehr will ich doch gar nicht. Wir haben Cartoon und ein schönes Leben. Boah, da ist der Pisser schon wieder. Komm, wo geht es dir raus? Scheiße. Ich habe uns da in diesem Gang verleuchtet. Verdammt. Verdammt. Oh, wir sind raus. Yay, speichern. Was ist das Ding? Was? Oh, da. Okay. Voila. Okay, zurück zu Alice. Das letzte Mal so richtig aus, wo wir uns ein Date haben, würde ich sagen. Keine Ahnung. Kino? Restaurant? Wollte Leute scheinen vor ihr wegrennen, aber ist mir egal. Nicht sowas hier. Also bitte, was für ein Date ist das? Okay, ich hatte nur ein einziges Date und wir sind Pokémon Go spielen gegangen. Trotzdem. Es ist besser als das hier. Äh, hier muss ich bleiben, okay. Gut. Scheiß, das haben wir fertig. Ja. Jetzt kommt, glaube ich, noch mehr Scheiß. Ach, Alice. Komm, Bendy. Ich wollte unsere Beziehung eine Chance geben, aber... Hi, Boris. Ah, du bist das Licht in meinem Leben. Mit dir ist alles gut. Bitte mach nichts, das er uns verrät. Okay. Doch. Bitte mal, dass er ein guter Hund bleibt. Nein. Und es in diesem Höllen noch hilft und zur Seite steht. Dass ihm nichts Schlimmes passiert. Mehr will ich nicht. Nur ist dem Hund nichts passiert. Also, Boris. Hier, ich hab ein paar Herzenwürze zu sehen. Sie pochen sogar noch. Cool, wa? Ja, guck mich nur weiter an. Du bist echt nicht sehr gesprächig, weißt du das. Ich bin da, Schatz. Ich hab deinen Scheiß. Können wir jetzt irgendwie essen gehen oder ins Kino? Ich hab deinen Stoff. Ich hab deinen Stoff, Bitch. Komm her, gib mir das Geld. Okay. Können wir sicher wo essen gehen oder ins Kino oder wo man normalerweise auf ein Date hingeht? Dann reiß es raus. Ah, das ist gut. Es war herrlich. Es war herrlich. Okay. Aber gerne, Schatz. Ich geh nochmal. Oh yes, bitte. Du wirst uns doch im Rücken stechen, oder? Ich glaub auch. Ich glaub ja kein bisschen, dass sie uns helfen will. Okay, Boris, ich komme. Na, Kumpel, ich bin ja da. Lass uns nach Hause gehen. Wir machen uns ein schönes Leben und werden glücklich sein für den Rest unserer Tage. Nicht das hier. Auf jeden Fall. Mhm. Was ist immer so langsam? Na, warum wohl? Warte, willst du mich tönen? Hört sich jedenfalls zu an. So schlecht machen wir uns ein Date noch gemeint, oder? Es ist kein Rumi umzubringen. Nein, du bist am Lachen. Okay. Boris? Was ist falsch mit dir? Jetzt, Ende. Aha, aha, aha. Oh Gott. Was denn? Boris, hilf mir! Ah, aha, aha. Echt? Ich will mich nicht. Was denn überhaupt? Boris? Nein! Mein Boris! Du kriegst ihn aber nicht. Das ist mein Boris. Das ist mein Boris. Du kriegst ihn jetzt erst recht nicht. Mein Boris. Boris, wir nehmen die Treppen. Nein! 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 Das ist ein Scheiß-Date! Das ist ein Scheiß-Date! Weißt du was? Fick dich! Ich hab's versucht. Also Alice, ich glaube, dass mit unserer Beziehung das wird einfach nix. Boris! Oh, Boris, du lebst noch. Oh, du bist ein guter Hund. Boris! Guck mal hinter dir! Nein! Boris! Tu! Nein! Nein! Tu die Hund nichts! Nein! Armer Boris! Nein, Boris! Ach, komm schon! Ach, Mann. Er war so ein guter Hund. Sie will doch wohl nicht ausweiten, oder? Nein. Ach, bitte nicht! Bitte nicht! Oh, nicht Boris! Er hat nichts gesagt und war eigentlich auch total nutzlos, aber trotzdem. Ich will nicht, dass er stirbt! Er war eine schöne Begleitung. Ja, eine schöne Begleitung. Er hat diesen einen Hebel umgelegt. Das kann man nicht vergessen. Er ist da drunter durch. Warte mal. Der Will von DL Games hat die Stimmen gemacht? It is awesome! Okay. Kommt dann auch noch wieder was? Bitte nicht Boris auf so'n Seziertisch. Nein. Oh, nicht Boris! Oh, ich meine das Angel. Oh. Price of Beauty. Mord! Willa Paddles! The Old Gang. B4. Ah. War da wieder Fanmusik drin? Das hab ich gar nicht gesehen. Wir haben gar nicht Bild, aber da Maschinen. 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 Oder war es generell genommen? Ja, Chapter 2. Alles wieder hoch! Oh, das war von Fan-Erkontest. Warte, sucht das Nightmare. Ich muss da irgendwo sein. Oh Gott, wie soll ich das finden? Äh, das dauert ein bisschen. Ich kann nicht so schnell... Oh Gott, ich auch nicht! Ich hab hier genug, äh... Werke gegeben eigentlich. Ich müsste da irgendwo stehen. Aber wo? Oh, scheiße. Ich suche mich gleich ein Blender sein. Ich bin Patreon-Supporter von ihm. Und mein Name... Da! Ha! Ha! Da war er! Nein, was ist das hier? Mein Name ist da drin. Irgendwo in den ganzen Wirrwaffernamen. Aber er ist da drin. Bendy, will return. Wir hätten diesen... Ihr warst ja gar nicht. Ne. Wir hätten diesen verrückten Engel. Von unseren Boris wahrscheinlich umgebracht hat. Wir denken nur... Wann kommt Bendy, wann kommt Bendy, wann kommt Bendy... Dann war er gar nicht da. Oh! 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 Okay. Da ist er! Der steht da. Vor diesem Bootleg-Charakter, würde ich ja sagen. Ja, so Bootleg-Charaktere. Deswegen sehen sie es auch gefuckt aus. Das sind alles Bootlegs. Boris, was ist mit dir passiert? Das lädt. Ihr war ein guter Hund und das die ganze Zeit. Oh, ich wusste es doch. Die haben alle Spiegel, die sie uns verraten würden. Aber der war ein guter Hund. Er ist wahrscheinlich tot. Das hat er nicht verdient. Er hat einen Karp mit ihm gespielt. Weißt du was? Ja, äh. Der mag gar nicht drei Stunden aufnehmen. Überhaupt nicht. Oh, Boris. Er war ein so guter Hund. So ein guter Hund. Ah, meine Nase. Er ist ein guter Hund. Was ist denn? Ich mochte ihn. Ich meine, er war echt total nutzlos, aber ich mochte ihn. Aber es ist nicht gut in diesem Höllen noch. Mann. Alice, wieso? Er ist das Licht in deinem Leben. Ja, das Licht in deinem Leben. Das Ende des dunklen Tunnels. Und er ist tot. Ficken. Goddam, du Kackengel. Mann. Dann magst du einen Charakter an? Er ist er tot. Ja. Woho. Ja, woho. Aber das war Let's Play. Bei dir weg, Maschine. Kapitel 3. Das ganze Suchen war ein bisschen nervig, aber trotzdem. Es war awesome. Wir haben nicht drei Stunden aufgenommen. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt war viel länger. Ich guck nochmal Kapitel 1 und Kapitel 2 an, weil die das geupdatet haben, irgendwie. Keine Ahnung. Das hatten sie auf den ganzen Tumblr-Blogs-Demik-Falge. Hau mich jetzt. Aber da hab ich jetzt... Die hab ich jetzt geguckt, weil ich bin die Spoiler-Walter. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ja. Es musste sein. Ja. Es musste sein. Also ja, Ihre Meinung? Nein. Ja. Dieser Delfin. Ich kann kein Delfin überraschen. Okay, du will lieben. Ich würde dir jetzt diesen Song anrufen. Also ich fand's awesome. Ja. Ich meine, es sieht richtig awesome aus. Vor allem Ellen... Vor allem Ellen... Wir haben... Männlich. 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 Menschlich aus, ey. Ja, das muss ich sagen. Männlich. Ich bin mir ziemlich sicher, das war Masusi. Ja, ich glaube auch. Ziemlich sicher. Sogar ziemlich sicher. What the fuck, Joey? What the fuck? What the fuck, man? Ja, what the fuck. Yo, also ich glaube, unsere alten Kollegen, die sind tot. Oder Schlimmeres. So ein Tintenmonster wahrscheinlich. Och, die Arm. Tja, das Berufsleben ist verzehren. Wie geil ist dein Schub da, die kann. Also Leute, das passiert wenn ihr Arbeiten gehen. Genau so werde ich die enden als Tintenmonster. Will ich mal als Kuchenmonster enden? Ja. Bei meinem Beruf? Ja, hier ist du. Ja, ich werde Kuchenmonster. Kuchenmonster. Heute. Das stelle ich mir für lustig vor. Oh, Mann. Papi, ich will dich spielen. Ich will wissen, was denn Boris passiert ist, Mann. Er ist ein Hund. Hunde dürfen nicht sterben. Hunde dürfen nicht sterben. Das darf einfach nicht. Das ist eine Regel. Nicht irgendwie niedergeschrieben, aber das ist eine Regel. Ja. Der Hund darf nicht passieren. Eine offizielle Regel. Offiziell nicht niedergeschrieben. Ja. Unoffiziell, offiziell. Das Hunde nicht sterben darf. Was? Manchmal bin ich echt bewundert, was mir eine scheißige Pfunde gegeben hat. Ja, das... Also das ist mein letzter Kaffee L3. Ja. Danke für sein Kuchen. Ja. Das hat einem Ohr weh. Nee, tatsächlich. Tats nicht. Tats wohl. Nein. Doch. Ah. Nee. Ohr. Untertitelung des ZDF, 2020